Wir stehen auf euer Tor! Sie sitzt den ganzen Tag auf ihrer Fensterbahn, lässt sie ihre Beine bohren zur Musik, und der Lärm aus ihrem Zimmer macht aber noch Wolken. Sie ist beseit lächelt zum Glück, sie weiß nicht, dass der Schnee dann bloß um ihre Brüche. Bodenbe ninth, sag' da werden! Sie wird laut, das ist alles, was die Höhne, sie weiß nicht, aber weinst nicht, dass die Lärm aus ihrem Zimmer herunterfohlen annech platziert. Der Mann in der Träume muss Norbert reißen und das Mann sein. Das Kitzel im Bauch macht sie verrückt. Ihr Mann scheint vor lauter Glück still zu sein. Ihr Blick ist erhört, erdrückt. Diese Hände verwissen nicht mit wem sie reden. Das ist niemand, da der Öffnete ist recht. Der Mann in der Träume muss Norbert reißen und das Mann in der Träume muss. Der Mann in der Träume muss Norbert reißen und das Mann in der Träume muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020